Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie-Game-Dev-Log meines aktuellen Unity-Projektes Port Empire. Es hat sich wirklich eine Menge getan, die Prüfungszeit in der Schule ist vorbei und ich kann mich jetzt voll und ganz auf Port Empire konzentrieren. Deswegen zeige ich euch die neuesten Änderungen und wir starten dafür ein neues Spiel, natürlich mit den Wikingern. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder im Spiel wieder. Bis gleich. Und angekommen im neuen Spiel wird gleich die neuste Änderung aufploppen und hier ist sie schon. Nämlich ein kleines Tutorial für den Anfang, natürlich nur wenn ihr ein neues Spiel startet. Hier wird uns jetzt gesagt, wir sollen auf einen Hexagon klicken, um ein Rathaus zu errichten. Ihr seht jetzt bei dem Rathaus, dass es noch direkt gebaut wurde. Da wird gleich auch noch eine Änderung kommen. Jetzt möchte ich, dass wir eine Holzfällerhütte errichten, was wir allerdings noch nicht tun werden, denn ich möchte erstmal auf diese Minimap hier eingehen. Ja, das Spiel hat jetzt eine Minimap. Wie ihr sehen könnt, auch mit Icons zu verschiedenen Ressourcen. Die könnt ihr ja an- und ausstellen. Bis jetzt ist es natürlich nur Holz, aber bald wird auch noch Stein dazukommen. Und ja, bin ich ziemlich zufrieden mit und wir werden jetzt weiter auf dieses Tutorial mal eingehen. Und hier werdet ihr dann auch die nächste Änderung sehen. Denn wie ihr hier unschwer erkennen könnt, das Gebäude, das ist ja gar nicht fertig. Ja, Gebäude haben jetzt eine Bald Time und brauchen halt ein bisschen und ihr könnt den Fortschritt, den gesamten Progress auch sehen. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, da war es eben kurz. Und das geht jetzt die ganze Zeit weiter, bis das Gebäude halt fertig ist. Und das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Habe ich noch nicht für alle Gebäude nur Holzfällerhütte und die Kolonie zurzeit, die wir eigentlich auch mal bauen könnten. Weil er uns das gleich noch sagen wird. Und deswegen errichte ich die jetzt mal hier auf dem nicht so fruchtbaren Boden. Und da seht ihr, dass hier auch ein gewisser Fortschritt entsteht und dieser schöne Partikeleffekt, wenn das Gebäude fertig ist. Die Kolonie braucht jetzt ein bisschen länger. Hier zeigt er uns jetzt auch schon den nächsten Tutorial-Tipp an, dass jede Produktion Arbeiter braucht. Und das wird jetzt auch gleich der Fall sein, denn jetzt ist unsere Kolonie fertig. Und dann müssten ja auch Leute in unser Dorf einziehen. Auf das wieder mal gechangete UI möchte ich auch mal ganz kurz aufgehen. Ihr seht jetzt hier, habt ihr Buttons für eine Storage, wie es genau vorher war, eine kleine Village-Anzeige. Das muss ich aber noch ein bisschen überarbeiten. Oh, hier hat jemand vergessen, Steuern zu bezahlen. Die bekommen wir ja jetzt zum Glück. Das ist ja das Event-System, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und ja, hier seht ihr noch jetzt eine durchschnittliche Happiness-Rate. Die ist auch neu, denn die kalkuliert sich aus den verschiedenen Villages. Die hat ja 50%. Wenn ich jetzt noch eine baue, hat 50%. Und dann haben wir hier oben 25%, weil er das halt durch die Anzahl der Villages oder der Kolonien teilt. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Brunnen baue, müssten wir jetzt hier 100% haben. Und dann ergibt sich ein Wert von 50%. Und wie immer kommt das Beste natürlich zum Schluss für euch. Und zwar ist das ein separater Modus. Ich nenne ihn jetzt mal den Selection-Modus. Denn wenn wir hier einfach mal Steuerung drücken oder Control für die englischen Zuschauer, dann schalten wir hier das Baumenü sozusagen aus, können nicht mehr mit den Hexagonteilen interagieren, können ja aber ein schönes Panel ziehen und einzelne Villager auswählen, wo uns dann auch eine gewisse Information darüber hier unten rechts angezeigt wird, wen wir gerade ausgewählt haben. Ja, das wird der Fall sein, dass es später doch eine kleine Kriegsoption wahrscheinlich geben wird, um ein bisschen Spannung noch mehr in dieses Spiel reinzukriegen. Und hier seht ihr auch nochmal den Job, der dahinter angezeigt wird. Bei den anderen wurde ja Villager angezeigt, bei ihm hier Woodcutter. Und die haben auch alle verschiedene Random Names. Das ist jetzt die Random Name-Liste für das nordische Volk. Deswegen haben die alle so nordische Namen. Die habe ich mir immer so einen Namengenerator online rausgesucht, was es da so geben könnte. Und ja, ihr könnt auch mehrere auswählen. Das geht auch. Da wird euch aber dann halt nur einer unten angezeigt. Das wird halt später erst interessant, wenn man dann die Soldaten auswählt, um sie dann halt in den Krieg zu schicken oder irgendwas anzugreifen. Mal gucken, ob ich vielleicht auch mal irgendwelche böseren Monster, ja Monster vielleicht nicht, aber bösere Tiere auf der Insel direkt mache, die einen von Anfang an so ein bisschen auf den Zeiger gehen und man das Dorf verteidigen muss. Ja, nächste Woche möchte ich auf jeden Fall das Ability System hier überarbeiten. Ich habe da schon ein bisschen neues UI mir gedacht. Aber das muss noch komplett neu gemacht werden. Ja, ich baue jetzt hier nochmal eine Jägerhütte, damit meine Leute auch Nahrung haben. Fischerhütte. Ihr seht ja, wie gesagt, hier ist das noch nicht mit der Bite Time. Die könnt ihr noch direkt bauen. In diesem Sinne war es das auch schon wieder. Und ich verabschiede mich bei euch. Habt eine schöne Restwoche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst das Kommentieren nicht. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.